Tierquälerei 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 ist kein Kavaliersdelikt. Wer sein Tier quält, der gehört bestraft, und das in der ganzen Schweiz. Im Kanton Zürich gibt es einen Tieranwalt, er heisst Andrian Götzschel, er schafft effizient, kostengünstig und sehr engagiert. So einen Tieranwalt braucht es in der ganzen Schweiz, damit eben eine ganze Schweiz Tierquälerei wirklich verfolgt wird. Darum sage ich mit grosser Überzeugung Klipp und klaren 7. März Ja zum Tieranwalt und hoffe, dass sie das auch machen. Vielen Dank!